Ich beginne, wie es ausschaut. Let's get ready to rebel! Ich fang anscheinend an. Mordi bin... Okay, was nehm ich denn? Wir werden sagen, seid gegrüßt. Auf geht's mit Noron, das Kamelairo. Für den Vierfunkte-Squad. Heute mit mir leiden, mit Mordi, mit mir. Der Tier ist halt nicht mit dabei. Und für Mordi mal hart stehen. Das ist ziemlich komplex hier, gerade Striche hinzukriegen. Und kann es aus den Hand... Ja, passt. Ja, passt auch mit Sicherheit mit den Buchstaben oben am Rand überein. Würde ich mal schätzen. Ja... Scheiße, nein, 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 nein. Ähm, Schiene. Schiene. Ähm... Ja, Moment. Noch ein bisschen genauer. Mist. Äh, ja. Äh, keine Ahnung. Ist nicht Deutsch passen können. Gut. Ähm... Äh... So, viel mehr kann ich da jetzt nicht zuzeichnen. Ah, wenigstens. Es gibt mehrere Wörter für dieses blöde Teil. Ja, natürlich gibt's mehrere Wörter. Das ist ja das Lustige, aber... Ja, das ist... Man weiß, was das ist, aber... Welches Wort passt dann? Ja, das ist immer das große Problem. Ich bin... Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, der Drogen ist diesmal drin. Eine Aufnahme... ...und her schicken und das war ja... ...mehr suboptimal. Beim letzten Mal war das. Ja. Ah, Moment. Hey. Jawoll. Easy peasy. So, ich bin jetzt dran, oder? Ich hab übrigens noch ein... Oh, mit Custom-Wörtern, okay. Custom-Wörtern. Klingt jetzt interessant. So, ähm... So, mein Wort muss ich zeichnen. Vielleicht ein bisschen dünner. So, ähm... Hm... Oh. Oh. Hm... Was könnte das sein? Okay, auf jeden Fall irgendwas mit Armen. Ähm... Und einem S am Ende. Erstmal. Das grenzt schon mal ein bisschen ein. Ich hab absolut keine Ahnung. Dich... Ich hab jetzt schon... Erfärmt. So, ich hab das dann zu sch... Nicht gemacht. Die Dissen... Dann mach mal so. Ähm... Was ist dran? Das ist ein Kuppel. WTF? Ich kann nicht Zeit mehr. Ich hab nicht mehr viel Zeit. So. Was? Oh mein Gott. Ja. Okay. Da kommt auf jeden Fall jeder drauf. Genau. Hab ich gleich gleich zum Schluss gemalt. So. Jetzt dran, Modi macht's. Oder Herr Modi? Ja, Herr Modi. Erstmal drei Stunden eingestellt. Ja, müssen wir noch mal rum anfangen. Keine Ahnung. So. Ja. Ja. Na endlich. Ja. Ich dachte schon, ich hab wieder Scheiße gezeichnet. Ja. 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 Haariges Ei, what the hell? Es sieht aus wie Haare, okay? Das ist, ähm... Das ist okay, aber der ist hinten dran. Ähm... Es ist einfach noch hinten dran noch Ei. Ähm... Ich glaube ich hab's, aber mir fällt nicht an wie das Ding heißt. Ah verdammt. Na dran, na dran! Nur ne andere Farbe! Ah... Okay, ich hätt's nicht gewusst. Das geht doch, das hatte ich doch schon. Soll ich das Licht dran? Ähm... Na dann sind wir mal alle gespannt. Das sind beide... Das sind alle drei, blöd. Ähm... Warte, ich kann das noch nicht sehen. Äh... Äh... Okay, ich weiß es. Mist. Ja! Oh, was denn? Warte her! Geht's noch länger? Das ist dann los. Warte, warte, warte. Das ist gar keine Kunst. Alles kann Kunst sein. Jo. Ist da. Das würde sich erlötig, oder? EIN! EIN! Das ist ein dritter Mann! Jo. Hä? Nicht da noch. Ah, verdammt. Ist das ein Wort, das man kennt? Was auch immer es ist, ich bin ziemlich sicher, sowas noch nie gesehen zu haben. Ich kann es auch nur so zuordnen. Ich krieg's jetzt hier nicht. Wasserfarbkasten! Wasserfarbkasten! Oh Mann! Ja, so wenigstens. Wenn du Farben dröhne, dann hätt ich mal mit Pinsel dazu machen müssen, aber... Ja, der Pinsel hätte vielleicht noch gefehlt. Ja. Entschuldigung. Okay, gut. Das wird jetzt bestimmt sehr schwer. Ja. Ja. Der Mensch wäre schön. Warum das so passt schon in der Hand? Ja. Du hast nur das hier geschlafen. In der Hand ist es noch mal die Handwerks anzuleinig. Ja, also das war's im Grunde. Mist. Nicht an, Käse! Jetzt hab ich wieder alles verkackt. Nein! Na klar. Cheeseburger. Na also. Ich hätte vielleicht einfach McDonalds malen können. Ja, aber dann wäre man vielleicht nicht auf Cheeseburger gekommen. McDonalds-Logo und dann Käseplatz oben drauf. Und Käse. So. Oh. Na ja, Moment. 1A2X3 hat mein Kanal abonniert. Sehr gut. Willkommen. Das ist doch eindeutig. Ja! Oh Mann, was ist das? Was sonst? Was ist das? Ein deutsches Gericht. Wirtschaft. Oh, was mit Essen zu tun? Oh mein Gott. Was denkst du zu essen? Ja! Oh Gott. Natürlich. Wie dumm von mir. Ich bin wieder drin. Ach, was krieg ich denn für blöde Wörter hier? Ähm. Ich bin wieder drin. Oh ja. 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 Natürlich. Natürlich. Es hat jetzt eine Viertelstunde gedauert. Oh. Das ging ja flott. So. Molly. Hm. Hm. Ich kann nicht entscheiden. Es ist alles 3 ziemlich gut. Hm. Ich krieg auch nur die schlechten hier. Okay. Es wurde für mich entschieden. Es ist kurz. Ja. Warst du langsam? Äh. Ja. Entweder das oder ich wollte einfach die KI entscheiden lassen. Mist. Also per Zufall. Es ist auf jeden Fall schon was auf Mist. Ah. Mehr oder weniger. Ähm. Hm. Du sagst es. Ja. Da ging ich ab Hohnen. Ha. Wow. Hm. Oh. Ich hab Facecam an. Das ist ja. Gut. Äh. Ja. Was könnte das denn? Hm. Oh, wie nannte man das? Wenn du er mit Arm. Den Punkt an. Ich hab keine Lust imxber. Ja. Der Minz. Also es geht um das was da auf den Topf rauskommt. Ah. Komm schon, das weiß man. dampf nein ich habe die ganze zeit nur rauch im kopf das passt mit fg mini man hat nur rauch im kopf können wir das mal festhalten die Prozent und im in Irgendwas Toilettenförmiges mit lila Bällen, okay? Hey, du bist im falschen Film! Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, komm, komm! Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es so! Wollte ich gerade schreiben! Das wollte ich gerade schreiben! So, ich bin dran! Ähm, 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 das ist doch wieder Töcke! Naja... So, was kommt jetzt? Das ist der erste, aber ich habe es trotzdem genommen! So, da ist wieder Mensch! So, ich bin dran! So, ich bin dran! So, jetzt hast du? So, ich bin dran! So, okay. So, ich bin dran! So, ich bin dran! das Was macht der? Begrüßt dich? Oh mein Gott, wie soll man das sagen? Ah, war ein schweres Wort. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich begrüß dich zur Beschreibung an die Kamera. So, die Entscheidung fiel schnell. Äh... Wurde sein. Wurde sein. Und gegen das Wort ist das nicht. Yes! Mh... Ach n der... Wie kommt man drauf? Wurst... Lohnlauf... Kind und Kinder... Entwurz... Wurde er auf. m die passt ja so eine art wald umgebung die zeit ja bisher ausfüllen weil das war ja doch zu einfach ja also ich wusste es kann man erkennen das andere wort kommen ich würde auch nur munich erst mal im kopf das freundlich jetzt ist es klar so war das noch kein wort ist Das ist doch immer was zu Dingens. Ich kann nicht mehr reden, die extra Vorteile. Dieses Link, was man heute nachts tut. Hm, was könnte das sein? Irgendein Kopf, der lacht. Oh, jetzt fällt der Buchstabe. Äh, GOLF spielen. Das wird sein. Das Wort war jetzt bestimmt dabei. Positiv. Huh. Okay. Okay.